x mal bitte 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 übertreib mit einem bitte Sprite ok so das problem ist wir hängen keine Sprite aber wir hängen die 7up das ist ja ähnlich wie Sprite hoffe das geht klar da ist mein Glas da kommt es jetzt rein ein bissel kalt ist es ein bissel Sprite hat viel kohlensäure das ist keine Sprite ich weiß 7up ist aber fast das gleiche großartiger 7up Geschmack ok bin ich mal gespannt doch es hat viel kohlensäure viel doch aber nicht viel so so trinken wir 3 2 1 0 oh Junge ein zweiter Planet kommt gleich 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3